Ja, heute erstes Trainings-Update am Dienstag bei lausigem Wetter, aber was soll ich sagen, egal, alle Mann an Bord, alle fit, bis natürlich auf die beiden Langzeitverletzten, Assan und Leo, die trainieren individuell. Ja, und für mich aber heute tatsächlich neu auf dem Platz, neu zu Gangen, Brandon Soapis. Das erste Mal durfte ich ihn mit der Kamera live einfangen und ihn hatten wir heute auch zum Interview in der Mix. So, nun was fragt man so einen jungen Kerl, der noch nie vorher in Deutschland war, noch nie in Gelsenkirchen und damit auch noch nie in der Felddienstarena. Natürlich, wie war es denn am Samstag für ihn? Ich habe nie so viele Fans wie das in meinem Leben gesehen. Ich glaube, es war unglaublich. Es gab eine Beleidung für all die Spiele und es war großartig. Ja, bleibt dann die Frage, kannte Brandon eigentlich Schalke schon vorher? Ja, definitiv, weil ich als Jünger von Schalke war. Ja, dann herzlich willkommen beim Lieblingsverein, genau das wollen natürlich die Fans hören. Ja, am Samstag war er im Kader, am Sonntag, ja, schafft er es auch im Kader oder sogar in die Startelf. Wie fit ist er denn? Ready to play? Ready to play? 90 Minuten? Ja, sicher. Ja, man darf natürlich gespannt sein, wie sich Brandon Soppy auf der rechten Seite präsentieren wird. Wo oder wo sieht er selbst selbst seine Stärken? Wie kann er dem FC Schalke 04 helfen? Ja, ich würde gerne ein Team mit mehr Aktivitäten auf der Seite, während des Spiels, mehr Assistenz, mehr Beispiele, das ist es. Wäre dann natürlich noch die Systemfrage, wo fühlt sich denn, oder in welchem System fühlt sich denn der Neuzugang des FC Schalke 04 wohl? Ich habe wirklich keinen Favoriten für Spiel, aber ich kann spielen 4, 3, 5, ja, kein Problem.